Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games und mit dabei ist DJN Let's Plays. Ja wir spielen hier auf der map Survival Games 4. Auf Hive. Ja auf Hive. Weil auf Rennstütze kriegen wir in letzter Zeit nichts mehr zusammen. Nicht weil wir einfach irgendwie schlecht geworden sind vom Skill her sondern weil wir einfach Trunk Pech haben aber jetzt nicht so zwei drei Arena wo man einfach nichts kriegt sondern ist eigentlich schon fast durchgehend und ja deswegen habe ich gesagt gut gehen wir auf Hive. Probieren wir es dort. Hat geklappt und jetzt sind wir hier. Ganz genau. Gleich geht's los. So wo bist du? Ich bin rechts von dir. Okay. Ich muss immer gucken wo meine Route lang geht. Scheiße wo war das nochmal? Keine Ahnung. Da hinten ja. Und den Staat verkackt läuft. Läuft. Okay Stein Axt. Na ja. Geht schlechter. Und ich habe den Staat verkackt. Loll. TNT Direkte. Ne ist ja so dass es keine Grey Spirit gibt. Das ist ja das krasse. Ja. Das ist aber meines Erachtens nach nicht gut. 30 finde ich auch schon zu viel. Loll. War da nicht meine Kiste? Naja das ist auch Rennschnitzel. Scheiße. Die habe ich jetzt gerade auch gesucht. Aber das war auch alles auf Rennschnitzel. Das hat Problem. Loll. Weil ich muss erst ein bisschen zurecht kommen weil da gibt es ja komplett andere Sachen. Da gibt es ja auch Leder. Ja. Loll. Wie meinst du Leder? Ja Leder. Du kannst damit genug Leder hast du was craften. Ja. Loll. Ich habe einen gekillt. Ich habe für dich eine. Hier. Ich hab einen Goldschweb. Okay passt. Das war der Boss Germane den ich gekillt habe. Das ist der war der wahre Boss. Komm einer. Yes meiner. Oder ne. Ne. Komm her. Komm schon. So läuft doch. Läuft doch schon gut. Du hast einen Kill. Ich habe einen Kill. Passt. Ja okay gut. Dann gehst du auf den. Ich geh auf den da hinten. ne. Ich geh auch auf die da hinten. Bäm. Yes. Meiner. Okay gut. Da hinten war einer noch. Läuft da hinten hin. Der hat aber ein Schwert aufpassen. Ja. Aufpassen. Das geht schon. Ja komm. Lauf weiter. Lauf noch mal her. Lauf noch was zu essen ohne Scheiß. Abhin. Nice. Habt ihr was zu essen? Oh ja. Wo bist du denn? Aua. Ah ne das war. War alles okay. Na hier. Das habe ich für dich. Das habe ich für dich. Oh Steinschwert für mich. Nice. Ich brauche noch was. Eine Kleinigkeit zum Essen. Das wäre perfekt. Nimm das hier. Das vergifte dich. Zwar eventuell aber. Jo scheiß drauf. Scheiß den Hund drauf. Ich laufe mal zum kaputten Flugzeug. Ja ich komme einfach mit. Ich beschütze dich ein bisschen. Weil irgendwie in den letzten Aufnahmen. wo wir immer. Rennschnitzel. Ja. Du suchst nach Rennschnitzel drohen. Hier suchst du vergebens Tier. Warte komm mal mit. Hier hinten ist auf jeden Fall was. Ja da. Hier kann nur verschieden sein. Da siehst du diesmal da hinten. Ja cool. Oh Leder. Ja gut. Da kriegst du mal eine Leder. Hier vielleicht eine. Ne. Ach lass. Ich brauche kein Leder. Ist doch Quatsch. Aber ich glaube hier am Baum ist eine. Ja. Du musst hier auch auf dem Boden achten. Die sind meist im Boden versteckt. Ja. Es ist halt so ein bisschen ungewohnt. Weil. Ja klar. Da ist keiner. Da ist man halt alles nicht gewöhnt. Wenn man nicht der Fall spielt. Ich meine es gibt schon so ein paar Kisten. Die halt fast auf jeden Server. Mal mit. Da versteckt sind. Die Kiste auch nicht. LOL. Dann lass uns mal zu dem Zug da laufen. Da sind auf jeden Fall welche. Ich meine hier hinten wäre noch irgendwo eine. Kann sein. Wenn das irgendwie in der Runde bisschen weniger Kisten gibt. Guck mir so ein bisschen vor. Nein. 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 Das ist nicht so. Das Problem hier auf Hive ist nur mal. Wir sind anders die Kisten gewöhnt. Du musst. Ja. Gegner. Ja. Gegner. Cool. Gegner. Gegner. Z. Ida. Z. Alter. Der hat ja mal richtig viel gefressen. Ich habe den geholt. Aber trotzdem. So und hat er gute Sachen dabei? Ja. Geil. Steinschwert. So ich esse auch schnell was. Ja lass dir Zeit. Ich habe übrigens bei Rennstützen so ein Klitsch gefunden. Ich weiß nicht ob du den vorher schon gesehen hast. Aber wenn du dich auf dieses automatische Click to Join Dingsbum stellst. Da wo dieser Glasblock ist. Gell. Und diesen Glasblock abbaust und sofort Rechtsklick drückst. Dann kommst du unten in dieses Bacons Menü rein. Dieses Leuchtfeuermenü. Loll. Und wenn du eine Eisenbahn hättest. Könntest du dir Geschwindigkeit im Prinzip geben. Hä? Ja keine Ahnung. Ich frage mal Creepy ob er mir einen gibt. Ich will wissen ob das geht. Nach dem Video auf jeden Fall nicht mehr. Also nach dem Video würde dir keins mehr geben. Er wird das Video nie zu Gesicht bekommen. Nie. Ja. So. Tüner. Egal. Wie viel Leben eigentlich noch? Neun. Okay. Hier oben ist ja immer eine Kiste. Ja gut. Ja Gold. Gold Schmuck hier. Gold Helm. So ich lauf mal Richtung Dorf. Ah ich komm einfach mit. Weil ich meine das sind ja immer ein paar Gegner. Das hier ist auf jeden Fall unsere Runde. Hm. Wobei ich kann. Komm mal mit. Ich kann dir noch ein paar Kisten zeigen auf Hive. Da oben ist noch eine. Ja. Nur die Frage ist jetzt grad wie ich da raufkomme. Das hab ich wieder vergessen. Ach scheiß drauf. Komm mal mit. Du bist ja grad auch an der Kiste vorbeigelaufen. Die stand direkt da. Ja. Aber egal. Ah ja wirklich lauf. Jetzt hier am Rand dieser Kuppel hier sind immer viele Kisten wo auch wirklich gute Sachen dabei sind. Hier steht eine. Dein Ernst da ist ein Pferd. Da ist ein Pferd einfach so. Ja lass es doch da sein. Und. Tschüss. Hat das. Gibt es Pferdefleisch? Ne. Leder. Da steht einfach mal so ein Pferd in der Umgebung. Oh man. Richtig. User disconnected from your channel. Ja Marcel war auch noch da. Haben wir gemutet. Ja stimmt. Haben wir vergessen so anzumoderieren. Ah boah nein. Na jetzt bin ich hier drin. Scheiße nein. Warte ich kann nicht vielleicht äh. Ja bockst mich mal. Bockst mich mal. Nice schön. Danke. Normalerweise ist da immer eine Truhe drin deswegen. Ich hätte ansonsten dir TNT gegeben. Wurde ich schnell raus da ist. Und so. Ja stimmt. Boah. Gib mir ein P-Punkte. Ja oh nice. Oh das bist du. Ich hab schon gedacht das ist ein Gegner. Alter Schilder. Alter. Komm weiter wir gehen mal weiter. Wir müssen doch mal langsam hier jemanden finden. Das geile ist halt auf HiFi stehen überall Kisten. Stimmt schon. So wie auf Rennschnitze weißt du wo 2, 3, 4, 5, 6 Kisten irgendwo sind. Und keine Ahnung. Ist das ein Gegner oder? Ne. Ne ich such halt einfach die ganze Zeit. Aber meistens sind welche am Spawn. Die kämpfen da. Aber ich weiß nicht irgendwie. Ja da ist einer komm am Spawn. Oh Zweierteam. Zweierteam. Oder müssen wir jetzt. Worauf ich mich schon wirklich freue. Bei Rennschnitzel ist das Pactate. Ne. Oh oh. Oh oh. Alter lag. Richtiger lag. Geh weg. Zur Seite zur Seite. Zur Seite. Nice. Nice meiner. Okay gut. Dann gehen wir noch nach hinten. Ja da war ja noch einer. Warte. Sammle eben hier seine ganzen Sachen ein. Was was ich brauche. Ich habe für dich nichts. Schade auch. Ich bräuchte halt nur noch Schuhe. Aber ansonsten. Ich habe. Ich habe Kettenstiefel für dich. Aber so viel geben die ja jetzt auch nicht. Ja. Wo ist der andere Typ hin. Der ist nach da hinten gelaufen. Genau da wo du jetzt hinläufst. Ja. Aber die Runde fetzt doch. Ja. Also endlich mal wieder eine gescheite Runde. Warte. Warte mal. Warte mal. Ah okay. Endlich mal wieder eine gescheite Runde seit langem. Ja. Das stimmt. Die man sich auch mal antun kann als Zuschauer. Oh ja. Hühnchen. Vielleicht kann ich ja noch einen Chanten. Hier noch ein Hühnchen. Weil die Hälfte hätte ich schon. Ah nice. Nice. Aber bringt dir eh eigentlich jetzt nichts mehr. Weil so viele leben auch nicht mehr. Ja. Komm mit wir laufen mal wieder in die Richtung. Also was ich halt machen werde ist beim Showdown direkt zu mittleren Truhe rennen. Ja wegen Diamantschwert. Ganz genau. Dahin sind noch Schweine. Ich plätter auch mal eins. Boah Alter wie viele da sind. Guck mal. Ja gut. Dann könnte es sich entscheiden vielleicht auch noch ausgehen. Ich plätter mal eins weil ich brauche noch ein bisschen. Essen. Ja. Alter guck mal wie viele. Alter. Hier oben auch noch welche. Guck mal wie viele. Ich hab da eins. Ich hab da eins. Kann du auch. Schön. Das ist ja richtig gut. Dann gehen wir. Also ich geh zum Chanten. Weißt du wo das hier ist? Ja. Cool. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein paar Tiere. Also ich mach das jetzt erstmal nicht. Ich brauch das nicht. Ja ich mach es halt mal. Jo. Oh. 60 Sekunden noch. Ja dann kannst du dir ja quasi eigentlich das Diamantschwert nehmen. Jo. Und ich nehme einfach mein verzauberter Schwert. Und dann müsste es eigentlich laufen. Genau. Ja du wenn ich es bekomme ne. Das ist die andere Sache. Aber ja. Also in den meisten Aufnahmen rennen die ja eigentlich nicht. Äh. zur mittleren Kiste. Ist mir aufgefallen. Und wichtig. Als kleinen Tipp für euch Zuschauer. Ähm. Wenn ihr dahin lauft. Dann drückt auf gar keinen. Habt auf gar keinen Fall ein Schwert in der Hand. Weil sonst könnt ihr auf Hive keine Truhen öffnen. Das mal. Das nehme ich mir nämlich jetzt direkt als Tipp schon mit. Weil vielleicht verpeilen das ein paar. Ja. Das fand ich auch damals immer so ein bisschen blöd. Das erste Mal wo ich so gespielt habe. So ich drück so. Ähm. Ich lauf zum Spawn. Drück so drauf. Jo. Gut. Geht. Dann habe ich ein Schwert in der Hand gehabt. Geht zur nächsten äh Truhe. Drück drauf. Aber mit einem Schwert. Denk mir so. Hä. Warum lässt die sich nicht öffnen. Was ist jetzt wieder los. Dann die ist es erst. Habs. Es war ein Eisenschwert. Aber okay. Trotzdem. Oh Junge. Ich hab gedacht der ist tot. Oh. Lauf wieder ey. Oh. Sorry. Nice. Wo hast du denn? Äh. Steinschwert? Ja Steinschwert. Kann das klar. Wobei wir können auch. Du kannst auch dein verzaubertes nehmen. Ich hab ja ein Eisen. Ja okay gut. Sind zwar nicht gleich. Aber passt schon. Okay. Gut. Gehts? Ja. Nice. Yes. Nice. Gut. Geile Runde auf jeden Fall. Oh ja. Und wie man sieht. Chris zieht mich noch immer. Ja. Das stimmt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe dass es euch natürlich gefallen hat. Und ja dann hört man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao. 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 Wir leben jetzt mitny Umann. geschenktり